So, weiter geht's. Ich bin wieder hier hin zurück und hab wieder alles drüben am Milchhof gemacht. Genauso wie vorhin. Ich hab sogar den Ripper nochmal unterwegs getötet, hab diesmal aber die Truhen mitgenommen. Und ich hab schon mal ein paar Säckchen hier gesammelt. Ich glaub, ich hab jetzt drei schon. Und wir wollen uns gleich nochmal den Sack hier zur Brust nehmen, das alte Großmaul. Vorher will ich aber... Na, das ist zu wohl. Vorher will ich aber hier die Säckchen erstmal sammeln. Wenn wir denn hier noch welche finden. Eigentlich müssen die ja alle hier sein, oder? Was sollen die denn sonst sein? Ah, hier ist er, ja, hier ist er reichhaltig. Das ist ja wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, die nehmen wir auch noch mit hier in der Mitte. Den Orks-Söldner packen wir nicht ein. Haben wir hier noch was? Äh, ähm, Fleisch, Feuer. Fleisch, Feuer, Fleisch, Feuer. Du sitzt, geschätzte zwei Meter, neben deinem eigentlichen Ziel, mein Freund. Sooo, Säckchen, Säckchen. Kleine Säckchen. Hier haben wir noch was. Ach, das sind die, ja genau. Die hatte ich ja vorhin schon sogar eingesammelt gehabt. Ich weiß gar nicht, bei wie viel ich jetzt bin. Ich müsste jetzt, schätze mal so neun oder sowas haben. Na, wirst du wohl. Wirst du wohl flüssig laufen. Und mir ist aufgefallen, gerade als ich nochmal den ganzen Weg abgeklappert hab und das Ganze mit Bradley und so gemacht hab, dass da in Monterra noch einer steht, mit dem wir noch gar nicht geredet haben. Den werden wir uns dann auch gleich mal zur Brust nehmen, sobald wir nochmal hinkommen. Nimm dir doch einfach solche Säcke hier, mein Freund. Was tust du? Wow! What? Willst du mich rollen? Was zum Dinge, mit denen man nicht rechnen kann. Ein Wildschwein, das sich in einer Mühle verkriecht. Was zur Hölle? Ja, was auch immer. So, ich hoffe mal, das war's jetzt auch an lustigen Überraschungen hier. Äh, ich hab einen Urk gehört. Ah! Dann retten wir unseren Freund mal. Ich eile dir zur Hilfe! Wenn die Frames mich lassen. Warte, ich schnapp ihn mir. Yeah! Danke mir! Ach, Mensch. Statt mir zu danken, rennt er einfach zum nächsten Wildschwein. Komm, ich mach das. Nein, 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 nein. Das will ich doch gar nicht. Gottverdammt, ich wollte dich nicht schlagen. Ach, läd mich doch! Dann nötig dich halt um, du blöder Pfatzke. Ja, ich lebe für den Zug. Warum töten die mich alle immer gleich? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Hab ich gespeichert diesmal? Ich weiß es nicht. Boah, regt mich das auf, ey. Alter Falter, das ist doch... Warum töten die mich denn alle? Ich verstehe das nicht. Eigentlich haben die mich erstmal einfach nur umzunieten. Was? Vor allen Dingen, warum... Ja, ich könnte mich nur aufregen. Das ist einfach nur dumm. Weißt du, ich gehe auf das Wildschwein los und dieser blöde Idiot fokussiert den Org an und greift dann den an. Das ist doch... Wegen so einem Scheiß stirbt man dann. Das ist doch echt dämlich. Übrigens trage ich, falls es schon jemanden gewundert haben sollte, warum ich die verdammte Rüstung nicht trage. Ich habe die nicht angelegt, weil ja hier ab und zu mal Rebellen rumstehen und ich jetzt nicht von denen angegriffen werden möchte, weil die ja auch noch Quests bieten. Und wenn ich da in Orgrüstung anmarschiere, dann gehen die sofort auf mich los, wie wir bereits schon mal gesehen haben. Ach, supi, ganz toll. Scheiße, Mann. Ja, komm, du Drecksvieh. Töten, töten, töten! Aggressionen! So, spüre meinen Zorn, du Sack. Ja, die Truhen, die hätte ich vorhin übrigens auch schon mitgenommen. Das hatte ich, glaube ich, beim allerersten Mal nicht gemacht. Äh, Mann, das nervt mich gerade total. Das ist doch einfach nur dumm, sowas. Das ist doch scheiße. Da kann ich auch nur zetern, weil das einfach nur blöd ist. Das hat nichts mit fairem Spiel zu tun. Weil dieses blöde Fokussystem da nicht ordentlich funktioniert, weißt du? Das ist doch... Warum sage ich eigentlich immer, weißt du? Wisst ihr? Guckt ja nicht bloß einer zu, hoffe ich mal. Aber ihr dürft euch angesprochen fühlen, weißt du? Das ist immer so. So, was bist du eigentlich für einer hier? Auch noch ein billiger Sklave. Ach, mit dem Rufus hatte ich dieses Mal gar nicht geredet gehabt. Fällt mir gerade ein. Na gut, das können wir jetzt gleich machen. Erstmal sacken wir hier unsere Säcke ein. Ha, wir sacken den Sack ein. Ich kann mich schon gar nicht mehr über meine eigenen flachen, dummen Witze freuen. So, drei. Du sitzt immer noch neben dem Feuer. Vier. Fünf. Was sind das eigentlich für welche? Was bist du denn für einer? Rufus. Oh, die latschen doch einfach hier raus. Das macht ja nichts. Passt schon. Was war ich jetzt? Fünf, ne? Gut, da haben wir jetzt. Kommen wir noch auf zehn. Ach. Dass sie immer irgendwas anderes anvisieren müssen. Das geht mir so dermaßen auf den Sack. Höh. Schon wieder Sack. Hört Sack gesagt. So. Haben wir hier noch was neben Haus gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Hör auf zu hacken. Obl, das Kackding. Oh, meine Güte. Was ist denn das jetzt schon wieder? Nicht bloß, dass man vom Spiel geplagt wird, sondern auch noch vom System hier. Das System. Das System arbeitet gegen uns. Wir müssen uns auflehnen gegen das System. Oh, wenn ich so rede, kratzt meine Stimme tierisch. Sollte ich vielleicht unter Umständen vermeiden? Was ist denn hier los? Eigentlich kann die Platte noch nicht voll sein. Was soll das? Ah, flüssiges Gameplay. Juhu. Super. Speichern. Gottverdammt. Ich sollte es öfter tun. Und diesmal bin ich vorbereitet auf das, was da kommen möge. Was da heißt. Wildschwein? Gut doch nicht. Gibt es da einen Säcklein für mich? Wir sind in einer Mühle. Da wird es aber auch einen Weizensack für mich geben, ne? Nee, Schinken. Ist klar. Und eine Möhre. Das ist genau das, womit ich hier rechne. Äh. Okay. Komme ich da hoch? Geh mal hier hoch. Geh mal. Hüpfe mal hier hoch, mein Freund. Hier gibt es was. Secret. Secret. Kannst du weitergehen, bitte? Das wäre schön. Ja, noch hier hoch. Kannst du bitte hier auch gehen? Auf diese... Ach, komm. Geh sterben. Ach nee. Muss ich jetzt jede Münze einzeln einsammeln hier? Nee, zum Glück nicht. Gut. Das ist ja schön. Mal so ein kleines Versteck hier mit so nebenbei. Das ist nett. Schön, schön. Oh, hier ist noch mehr. Ja, wenn das Fokus-System ordentlich ordnungsgemäß funktionieren würde, dann hätte ich das wahrscheinlich auch schon beim ersten Mal entdeckt. Aber was soll's. So. Aber hier ist noch jemand, auf den ich scharf bin. Hallo. Hä, hä, hä. Zwei Wildschweinies. Ah, ein Wildschwein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. So stelle ich mir das doch vor. So muss das sein. So können wir ganz gemütlich Erfahrungspunkte sammeln. Und nicht einmal getroffen worden dabei. So, und diesmal weiß ich gar nicht, ob die Ork-Patrouille dort jetzt, ob die überhaupt noch angegriffen werden von jemandem. Doch ein Wildschwein müsste dort noch irgendwie sein und die penetrieren, oder? Da werde ich auch diesmal helfen. Entgegen der Vernunft. Und werde da mal wieder vorbeischauen und bestimmt wieder den Ork schlagen und anschließend abgeschlachtet werden von diesen Säcken. Ah, was ist denn das? Hallo? Gönst du mal und so? Äh, na toll. Schön, dass es jetzt wieder flüssig läuft. Wo sind denn die Orks jetzt hin, mal so als Frage? Die sind irgendwie weg, hä? Orks? Orak, wo bist du Orak? Orak, ich finde dich! Äh, egal. Das sagen wir nicht nochmal fixe Wurzeln. Und dann gehen wir auch wieder zurück, denn wir müssen noch 5 Weizensäcke irgendwo finden. Irgendwo, ich weiß leider nicht wo. Das wird lustig. Boah, was ist denn das? Gottverdammt. Schön, haben wir uns wieder beruhigt, ja? Da werde ich schon ein bisschen aggressiv. Ne, eigentlich werde ich überhaupt nicht aggressiv. Ich zähle da ja immer rum wie ein Bescheueter, aber eigentlich bin ich überhaupt nicht aggressiv. Ich bin hier tiefenentspannt und sitze einfach nur da. Und zähle sie halt gern vor mich hin. So. Hier oben ist nix. Ist aber schön, dass man da lang kriechen kann. Ich hätte gern noch 5 Sektchen. Hier, die zum Beispiel. Oder die. Warum kann ich die nicht nehmen? Will die Sektchen. Hier auf dem Karten vielleicht? Nö. Doll. Mission Impossible. Finde die Weizensäcke. Oder, ne, warte mal. Ich muss 15 Stück holen, oder? Wo habe ich denn hier? Sonstiges bestimmt. 10 habe ich. Und ich soll... Säcke, 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 Säcke. Äh, Milch, 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 Weizen für den Lagermeister. Genau. 15 Weizensäcke. Okay, da fehlen noch 5. Denn 15 minus 10 macht 5. Wie der geneigte Zweiklössler weiß. Ist das zweite Klasse? Doch, ich denke mal, oder? Müsste jedenfalls. Ich glaube, erste ist es noch nicht ganz. Das heißt, bloß Zahlen kennenlernen. Aber in der zweiten sollte das dann doch schon dran sein. So, ja, was? Warum zur Hölle? Steht ja ein Alchemie-Tisch rum. Das muss ich nicht verstehen, oder? Geh mal schlafen. Komm. Schlaf mal an der Nacht drüber. So. Mit deiner wahnsinnig tollen Schlafsequenz. So, mein Freund. Wir haben da noch was zu klären miteinander, würde ich denken, ne? Ich glaube, du hast da noch mir was zu erzählen und irgendwie zu erklären. Elber. Giovanni Elber. Hallo? Ähm. Ja. Hallo, Giovanni. Halt die Klappe. Du kriegst aufs Maul. Nicht in diesem... Das könnte jetzt bitte... So. Boah, Sack. Überscher Präventivschlag hier. Hallo, durch den Schild durch? Was ist denn das für ein Mist? Ja, würde ich aber auch sagen, ne? Schild und so. So, das hast du jetzt davon, du Sack. Best Ratschwert. Zweier-Trink ist auch nett. Benutze ich aber nicht. Da gehe ich nochmal hier für sechs Stunden pennen. Ratzen wir nochmal vor uns hin. Bis zum Mittag. So. Wo war er denn denn? Ach, der liegt... Der schwebt noch eine Runde frei. Ist auch okay. La, la, la. Rum. Oh, wie schön er da liegt. Verschwinde endlich Ich habe besseres zu tun Als mich mit Wegelagern zu schlagen Willst du gleich nochmal aufs Maul, hä? Entspann dich Ich will für dich arbeiten Ach was, so ein Stirnfried kann ich hier nicht gebrauchen Ich habe besseres zu tun Als auf jemanden wie dich zu achten Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven hat Und die Jungs liegen voll in der Gegend herum Da, Typ Weißt du, du bist nicht dumm angegangen Und hast förmlich drum gebettelt Aufs Maul zu kriegen und jetzt häust du hier rum Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen Ach, scheiße Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen Zeig mir erstmal, was du kannst Dann werde ich nochmal darüber nachdenken Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt Musst ja nicht noch in meiner Wunde herum bohren Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig Tja, das Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen So wie du mit denen umspringst Also, du bist ja Du zähltest ja immer erst mal rum Dass du ja der große Max bist Und wenn du da aufs Maul kriegst, heust du Ich meine, was soll ich von so jemandem halten? Ist doch, pah Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen Toller Vorschlag Das einzige, was dir noch motiviert, ist Alkohol Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht Oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt Untote aus der Burg im Osten Das klingt wunderschön Da werden wir auch später nochmal zu Besuch reinschauen Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge Oder lungern um Montera herum Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung Die Korndiebe im Norden Machen mir mehr Kopfzerbrechen Sie kommen nachts Und klauen uns die Weizensäcke unter Barsch weg Ich warte förmlich darauf Mit zerschnittener Kehle aufzumachen Während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen Erzähl mir was über Marek Er ist Ork-Söldner Genau wie ich Marek ist unser Anführer hier in Montera Er kümmert sich darum Dass hier nicht jeder tut was er will Möchte gern wissen wie er das anstellt Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf den Hof hier klar Du bist ja auch ein Loser mein Freund Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du den Weg da nach Osten folgst Kommst du zur alten Festung der Paladine Sie ist zwar nur noch eine Ruine Aber bewohnt ist sie immer noch Wenn du verstehst was ich meine Wenn ich du wäre Würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen Ich werde mich um die Korn-Diebe kümmern Du willst bewerkstelligen Was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Tja Nur zu Das will ich sehen Naja sagen wir mal so Ein nüchterner Held ist weitaus mehr wert Als 70 besoffene Ork-Söldner So ich brauche aber immer noch 5 Weizensäcke Wo kriege ich die Scheißdinger denn her? Liegen die bei den Korn-Dieben rum oder was? Du solltest meinen Rat annehmen Ich denk's bald mal oder? Ich speicher jetzt mal hier So und dann gucken wir mal auf die Karte Er hat gesagt im Norden sind die Korn-Diebe Dann wollen wir auch mal im Norden schauen Und dann müssen wir noch Hufus helfen Nach Okara zu kommen Und ja dann finden wir zum Glück auch Okara Und können mal schauen was es da gibt So im Norden müsste der dann da so sein Und dann können wir noch mal So im Norden So im Norden So im Norden So im Norden So im Norden